Hallo. Hi Elena. Hi everyone. Thank you for joining us. Hallo Rocco. Hallo Elena. Das bin ich. Hallo Rocco. Hallo alle. Danke, dass ihr heute alle dabei seid. Wir machen ein ganz kurzes Info-Zoom, der mehr für jetzt und für die Zukunft veröffentlicht und zu meinen Möglichkeiten einlädt. So, wir machen ein Zoom-Zoom jetzt, um die neue Möglichkeiten zu veröffentlichen, was jetzt und in der Zukunft veröffentlicht wird. Und ja, ihr macht einen 7-Jährigen-Zoom, der heute Abend startet. Es beginnt heute Abend. Was ist das Thema, das Kurs, der 7 Tage geht und was können die Leute damit, wie können sie ihre Zukunft verändern? Ja, es geht darum, dein Feuer wieder zu entzünden. Und was hast du beschlossen, was... Can you repeat it? I didn't understand anything. What have you decided about the power that you cannot have now? Ah, was hast du darüber beschlossen, über die Kraft, die Macht, die Energie, die du jetzt nicht haben kannst? Once you had the power and now it's gone and you don't have it anymore. Mal hattest du die Kraft dafür oder die Energie und jetzt hast du sie nicht mehr. Aber wir alle haben Kraft und Energie. Es ist nur eine Ansicht, dass wir keinen Zugriff auf sie hätten. Und wie oft hast du aufgegeben, weil du dachtest, dir fehlt das an Energie? So, what would your life be like, if you had access to all your capacities and power? Wie wäre es, wenn du Zugang hättest zu all deinen Fähigkeiten und zu deiner ganzen Kraft? So, just allow yourself to, like, swim in the awareness that brings up these questions. Erlaubt ihr selber einfach in diese Energie zu baden, zu schwimmen, die diese Fragen hochbringt und die Erkenntnisse und Bewusstsein bringt? And we go further with the topic tonight at 8pm for seven days in a row. Und wir machen mit diesem Thema weiter heute Abend um 8 Uhr. Sieben Tage nacheinander, immer um 8 Uhr abends. Und ja, das ist ziemlich cool. It's cool. Thank you so much, Elena. And really looking forward to everyone joining us and with your shared registration. Yeah. Yeah. Thank you also, Rocco. Ähm, nur kurz, äh, noch, ähm, um 8 Uhr fängt es immer an. Ähm, Link schickt Rocco mit, ähm, und, ähm, 70 Euro, so it's 70 Euro for seven days. Right? Mhm. Ja. Also 70 Euro für sieben Tage, immer 30 Minuten und ihr kriegt natürlich die Aufzeichnungen und, ähm, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja. Okay. Great. I like this question really. Amazing. Die Fragen sind toll. So, dankeschön, danke sehr. And, uh, see you very soon. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.